So, vielleicht. Sehen wir jetzt den Gegner mittlerweile? Nö, auch noch nicht. Dann fange ich auch gar nicht an, irgendwie mit Burken oder sowas. Wir tun einfach mal so als würden Baracken reichen. Vielleicht tut sie es ja auch, keine Ahnung. Dann machen wir hier eine Verbindung hin. Und hier wäre doch jetzt in der Mitte theoretisch auch wieder Platz für einen Bauernhof. Wenn ja, wenn ja, wenn ich dich vernünftig anschließen kann. Und ob das wirklich vernünftig Platz ist, wird dann sein mal dahingestellt. Das ist tendenzielle Scheiße. Ach komm, wir probieren's. Ich brauch Bauernhilfe. Ich kann ja nicht ewig warten. Auf jeden Fall. Mein Metzger, der tut sich langweilen. Hier bauen wir auch einen Bauernhof. na? Tuts... 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 Okay, da oben ist auch noch ein Berg Aber eigentlich brauche ich schon gar keine Berge mehr. Bin eigentlich zufrieden mit dem was ich habe. Soll ja nicht zu gierig werden Was habe ich denn hier für einen blöden Weg gebaut? Ohne Witz, zack, ich reiß dich noch mal ab. So, auch wenn jetzt hier alles zurück geht Mann, Mann, Mann Hier auch. Was ist das denn? So Das liegt daran, dass da Bäume waren. Schon klar, ja Okay, 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 was ihr hier auch Und die Bäume müssen auch dringend weg Wie schaut's denn hier mit dem Steinvorkommen aus? Wenn ich scheint, hat das hier langsam in den Griff zu kriegen Und wir könnten die Wir könnten die auch hier hin bauen Denn das blockiert den auf keinen Fall Okay Und vielleicht lieber, dass wir irgendwie bei euch in die Richtung nochmal Weil mal, du brauchst, ne du brauchst kein Wasser, dass wir hier noch irgendwo einen Brunnen hin bauen Und zweiten, dass da auf jeden Fall auch genug Wasser da ist So Klack Sehr gut Gefällt mir Doch, gefällt mir, hat was Zack, 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 zack Zack Gut Sack Gut Puh Hau 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 Eher mehr Waffen, ne? Was haben wir denn schon? Waffen? Oh, 18, 18. Also wir können schon 18 Ritter herstellen. Was haben wir denn? Gold? Vier, auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Du bist schon sogar eine Stufe befördert hier in deiner... Ja. Why not, why not? Jetzt glaube ich langsam, dass ich mal was Größeres bauen sollte. Das machen wir einfach mal zumindest in den Wachstuben. So, verbinden wir das. Okay. Und ich bin geneigt, auch hier wieder irgendwo eine Fischerhütte hinzusetzen. Hier drüben habe ich es getan. In dem Bereich steht auch eine. Ja, hier, hier, hier. Okay, dann passt das. Hier oben haben wir auch eine hingebaut. Okay. Also Fisch solltet ihr... Ah, Fleisch. Geht es eigentlich in der Jagdhütte? 6%? Wie, schon alles gekillt, oder was? Das liegt natürlich auch daran, dass ich alle Bäume wegholze. Ist mir aber egal. Oh, 20 neue Nachrichten. Keine weiteren Steinbestände. Ja, dann ciao. Und dann bist du wahrscheinlich auch auf 0. Ciao. Und dann können wir den Weg später noch mal ein bisschen optimieren. Beziehungsweise wir können auch hier noch einen Weg hinbauen. Hier steht eine Fahne im Nichts. Ne? Kann ich nicht da... Ne. Okay, eine Eselszucht wäre auch ganz cool. Wo baut man die hin? Da? Ich weiß. Geil ist anders. Wenigstens am Lager. So, was haben wir da noch für tolle Nachrichten? Keine weiteren Steinbestände. Ja, nur die Teile-Seite. Da muss ich auch aufpassen, ne? Mit dem Gold. Zack, zack, zack. Ja, okay. Lager, okay. Okay. Halt mal. Okay. Halt mal. Halt mal, halt mal, halt mal. Was ist denn das jetzt hier? Egal. Also, wie gesagt, dann auch hier mal was Besseres bauen. Katapult oder sowas kann ich auch noch nicht bauen, ne? Brauchen wir auch nicht. Katapult ist was für Feiglinge. So. Wege, 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 gut. Wird sich wieder ein Steinmetz anbieten? Mach mal auch. Mach mal auch. Den Berg, den lassen wir einfach mal links liegen. So, und hier bin ich mir nicht sicher. Hier ist jetzt diese Puppe. Da bauen wir jetzt einen Turm hin. Zack. Zack, zack. Ich baue die Wege natürlich auch so dämlich in die Mitte, dass ich auch automatisch keinen Platz für Bauernhöfe habe. Und hier gewinne ich auch nichts. Dann mach weiter. Forsthaus. Kann ich jetzt hier ein... Nö. Aber ich kann dich abreißen und dich so neu bauen. Bringt vielleicht dem Bauernhof auch ein bisschen was. Und der Esel braucht auch Wasser, ne? Da kriegst du hier auch noch einen Brunnen hin. Das hier könnten wir vielleicht optimieren. Hat gar nichts gebracht. Egal. Was haben wir denn gebaut? Zwei Kohle. Reicht das eigentlich? Kohle-technisch? Also hier ja. Hier, naja. Eher nicht so, ne? Hier haben wir nur Eisen. Bauen wir hier noch eine Kohle hin. Und ich bin geneigt, das jetzt hier zu verbinden, weil irgendwie wird das nix. Da kann ich auch keine großen Gebäude hinsetzen. So, 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 so. Da könnten wir auch noch irgendwas hinbauen. Vielleicht noch eine Eisenschmelze? Mach mal. Und für die Brauerei braucht man natürlich auch Bauernhöfe und Wasser. Ganz wichtig. Wasser ist ganz wichtig für Bier. Ja, andersrum passt das jetzt auch. Aber wer will schon Wasser, wenn man Bier will, ne? So, machen wir mal hier Geologen hin. Und wir sollten vielleicht auch wieder ein bisschen scouten. Hier und so. Die hab ich ganz vergessen, die Jungs. Weiter, Nachrichten. Okay. Kohle interessiert mich nicht. Okay. Okay, 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 okay. Ach, was soll's. Oh, ich hab's ja 30 Minuten nicht gespeichert. Das sollten wir mal tun. Äh, ja. Gut. Ich cut jetzt nicht an der Stelle. Ähm, ich muss mir da auch mal was überlegen. Wie ich eine schöne Abmoderation und Anmoderation in die Folgen reinkriege. Weil ich kann ja die Siedlerfolgen nicht am Stück spielen. Das dauert viel zu lange. Ähm, wir könnten... Wir könnten... Brauerei. So. Ah, ja. Gut. Trotzdem brauch ich einen Bauernhof. Und zwar nicht nur einen. Ich hab doch eigentlich Platz. Hier. Ist nah am Forsthaus. Ähm. Was soll's. Was soll's. Ups, das wollte man nicht. Ähm, hier bauen wir auch noch irgendwie einen hin. Ich brauche mehr Bauernhöfe. Hier ist ja auch noch ein Backup-Holzfäller. Der hat eigentlich auch schon einen ganz guten Job gemacht hier. Okay, okay, okay. Das ist jetzt hier verbunden. Nett. Dann, äh, hier jetzt vielleicht auch... Oh, oh. Vierter Tag im vierten Monat des zweiten Jahres. Es war zu erwarten. Wir sind auf ein nubisches Volk gestroffen. Zunächst verlief alles sehr friedlich. Sie erzählten uns sogar von ihrem Heiligtum. Und schnell wurde klar, dass es sich dabei um eines dieser Tore handelt. Aber sie weigerten sich, uns Zutritt zu ihrem Heiligtum zu gewähren. Wir werden darum kämpfen müssen. Okay, ich baue hier eine Burg hin. Safety first. Und ich baue hier... Gute Frage. Nächste Frage. Halt das da mal. Natürlich auch einen Weg hin. So, 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 so. Du scoutest hier. Und das ist ja echt gut, dass ich hier einen Turm baue. Da könnte ich wenigstens davon ausgehen, dass der wahrscheinlich rechtzeitig fertig wird. Aber das heißt auch, ich muss es mit meinem Platz hier ein bisschen haushalten. Die Bäume kriege ich nicht weg. Na, es sind nur die, die auf meinem Land sind. Oder? Der fällt in seiner Produktivität. Der ist durch. Den können wir abreißen. Wir können dafür hier hinten einen hinbauen. Und sonst... Militärgebäude besetzt. Kohle. Ja, schön, schön, schön. Also, auch hier ist Kohle. Und auch hier ist Eisen. Also, ich kann ja produzieren bis zum... Bis wirklich zum... Bis... Bis... Bis besinnungslosigkeit. Der Weg hier war, glaube ich, ganz gut. Kriegst du Hafer? Weiß man nicht. Oh, du hast ja doch Platz. Doch ganz gut Platz. Und wie machen wir das hier? Bauen wir vielleicht doch noch irgendwie so eine Baracke rein. Um das zu erschließen. Das habe ich aus Versehen, die Goldmine erschlossen. Was ist denn aus Versehen? Ich habe es halt getan, um da hochzukommen. Und dann tun wir vielleicht auch auf diesem Wege dann noch die erschließen. Und dann bauen wir uns hier durch. So. Hier geht auch noch ein Bauernhof rein, oder nicht? Sag ja. Das ist in dem Lager schon drin. Steine habt ihr eingelagert. Sonst gar nichts. Toll. Alles war von Arsch. So. Ganz nett und so. Wenn ich wüsste, dass ich noch eine Burg bauen kann. Wir probieren das einfach mal aus. Kann ich... Habe ich Boote? Vier. Cool. Das heißt doch, dass ich hier eine Fahne bauen kann und dann... Muss ich auf Seestraße drücken, gell? Äh, nach hier verbinden kann. Das kürzt den Weg zur Festung natürlich erheblich ab. So, und jetzt sollten wir vielleicht noch gucken, dass militärisch... Machen wir mal so vielleicht... ...die Nähe zum Feind mehr Ritter in den Dingern sitzen. Laufen ein paar Ritter los? Ja, haben wir auch noch genug. Wir können ja auch produzieren. Und er baut da irgendwas. Was? Okay. Habe ich mittlerweile genug Ressourcen? Ja. Und der Holzfäller hat nichts mehr zu tun. Der ist weg. Der wird auch sterben. Ist okay. Dafür brauchen wir hier einen. Und den tun wir hier anschließen. Oh Mann. Kommt schon. Ne, sicher nicht so. Dann halt so von mir aus. Okay, das hätten wir. Da ist noch ein 100% Holzfäller. Warum auch immer. Machst du mit dem... Du hängst auch in dem Forsthaus mit drin. Kann der drei? Ne, der kann bestimmt nur zwei. Jetzt haben wir hier wenigstens mal drei Ritter drin. Und da kommt auch Gold rein. Warum auch nicht. Und was baust du da? Weiß mal nicht. Hoffen einfach mal, dass meine Festung früher fertig wird. Aber das sieht... Ja, nach Ressourcenverschwendung aus. Was ich da mache? Kann ich den angreifen? Kein Angriff möglich. Auf jeden Fall die Festung hier unten wird fertig. Ähm, wie schaut's denn eigentlich militärtechnisch aus? Landesgröße führe ich? Militär führe ich auch. Na dann. Gold. Führe ich sowieso. Prima. So, da kommt jetzt noch ein Gold. Und dann... ...ist aber auch Schluss hier. Haben wir noch Gold. Elf, ja. Hoffentlich habe ich auch alle Baracken gesperrt. Sonst... Tja, was wäre es? Sonst wäre es Goldverschwendung. So, jetzt haben wir eine Elite da drin. Und jetzt haben wir Stopp. Also, das Gold hier... Na, tak, 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 hier. Das Gold hier kann zurück... Äh, wo ist es? Hallo? Da. Tut's aber nicht. Warum nicht? Hallo? Ich habe Stopp gesagt. Okay. Da darf auch kein Gold hin. Ey, Mist. Also, ich war der Meinung... Kann sein, dass sie das geändert haben. Ich hoffe mal nicht, dass es ein Bug ist. Ich möchte es auch nicht beschreien. Wo sehe ich denn eigentlich... Die Brauerei, die bringt Bier. Okay, wo sehe ich denn eigentlich... Militärmacht. Hat das Militärmacht zu tun? Ich glaube nicht. Und er baut hier tatsächlich ein Militärgebäude hin. So ein Penner. Wo geht denn das Gold hin? Geht das jetzt ernsthaft da rein? Dann ist es halt so. Viel Bauernhilfe haben wir eigentlich mittlerweile. 1, 2, 3, 4. Oh, sagt nicht, da ist ein Kohlebergwerk verbraucht. Doch, klar. Haben wir noch eins zum Anschließen? Nö. Dann... Wo haben wir Kohle erschlossen? Da oben. Ist halt weit weg von der Nahrungsproduktion alles. Machen wir hier noch... ...eine Fischhütte hin. Und hier noch ein Steinmetz hin. Und dann schließen wir halt mal Kohle an. Kohle, 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 Kohle. Nie ohne Kohle. Wie ist es jetzt hier nur ein Ritter drin? Könnte sich gleich schlagartig ändern. Also tun wir hier auch mal die Goldproduktion stoppen. Oh, hier ist alles Elite. Aussichtsturm geht nicht, ne? Und das Ding ist fertig. Und da kommen Ritter. Okay, ich reiß das ab. Ja, ich reiß meine ab. Und schon kommt hier Militär. Liberal angerannt. Die Lage hat sich gerade gewaltig geändert. Autsch. Durch dieses Gebäude haben sie Land verloren. Ja, Penner. Jetzt darf hier Gold rein. Hier auch. Ich habe schon wieder Land verloren. Kann das sein? Eisen gefunden. Militärgebäude besetzt. Wasser gefunden. Nö. Alles gut. Da würde eh keine Mine mehr hingehen. Aber dann doch vielleicht mal den Berg hier anschauen. Eins, zwei, drei. Kann ich angreifen? Ja, und das ist wohl, so wie es ausschaut, Anzahl der Angreifer. Okay, macht jetzt hier erstmal was mit dem Gold. Irgendwas Vernünftiges. Habe ich mittlerweile einen Esel? Nö, ich habe einfach zu wenig Getreide. Wenn wir diesen, wenn wir diesen, wenn wir, wir reißen mal die Fahne hier ab, kann ich dann hier einen Bauen? Ja, das kann ich. Mir macht das anders. Wir bauen hier so schön am Wasser entlang. Da stört den Weg niemand und dann können wir nämlich hier noch eine Getreidefarm reinsetzen. So. Dann können wir hier noch eine Kohleminie bauen. Auch gut. Die ist natürlich total ab vom Schuss. Die können wir aber mit dem Fischer versorgen. Wenn wir nicht zu blöd wären, Wege zu bauen. So vielleicht. So vielleicht. So vielleicht. So vielleicht. So vielleicht. So vielleicht. Okay. Und da gehen die nächsten Kohlebergwerke baden. Klack. Und klack. Da braucht ihr natürlich keine Nahrung mehr reinbringen. Dann bauen wir doch gleich noch zwei. Oder auch nicht. Aber hier kriegt man ja auch gerade neue. Okay. Der Weg hier macht übrigens auch Sinn. So. Wie schaut's aus? Bringt Gold. Traut euch. Ich greif das jetzt an. Komm. No risk, no fun. Angriff. Greif von beiden an. Da läuft dreimal Elite mit. Und hier läuft auch einer raus. Auch lustig. Dann kannst du hier auch Gold reintun. So, Zoom. Wo kämpft ihr? Kämpfst du gegen den? Der hat doch gar kein Gold. Boom. Stirb. Stirb. Boom. So schnell geht das. Und jetzt erschließen wir hier einen langen, 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 nicht weg. Mann. Wir erschließen einen Holzfäller. Auf jeden Fall erschließen wir auch das. Das Ding behalten wir natürlich. Jetzt gehen hier wieder ein Haufen Soldaten raus. Dann Goldstopp. Hier ist nur noch einer drin. Goldstopp. Und hier auch wieder Goldstopp. Wahrscheinlich habe ich sowieso kein Gold mehr mittlerweile. Ich produziere ja gar nicht so. Warum eigentlich nicht? Und hier sind auch noch zwei Kohleminen. Warum habe ich die nicht gebaut? Ah, der Merde. Merde, der Merde, der Merde, der. So. Trinkt das noch irgendwas? Nö. Okay. Da ist nochmal Gold unterwegs. Doch, wir haben noch sieben Gold. Da geht noch was. Und hier geht später noch Kohle hin. Und hier geht noch Kohle hin. Was haben wir denn eigentlich? Eisenbergwerke 2. Aber das ist auch nicht das Problem. Es ist wirklich Kohle, Kohle, Kohle. Gut. Wir könnten ja mal... Komm, greif an. Du bist Elite. Tu es. Tu es. Boom, boom, boom. Wir könnten auch hier... Ja, doch. Das bringt ein bisschen was. So, da geht nur einer hoch. Aber du bist Elite. Du wirst es doch schon schaffen. Einfach, um ihm noch ein bisschen was kaputt zu machen. So. Und dann nervt er mich auch nicht mehr. Gut. Was hat der vor? Der will wahrscheinlich hier rein. Keine Angriffe möglich. Tja. Dann lasst mal Ritter nachkommen. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Was? Feindliches Gebäude eingenommen. Seit 30 Minuten nicht gespeichert. Okay, schon wieder. Äh. Eingenommen. Gold Berg weg. Ist verbraucht nicht gut. Nein, nein, nein. Nicht gut. Dann machen wir den Weg hier weg. Und mach... Ach ja. Mach gar nichts. Den da könnte man noch verbinden. Was auch immer das bringt. Und es fehlt an Mehl ohne Ende. Die Mühle hat aber Getreide. Die Schweinezucht tut auch irgendwas. Die Mühle hat aber auch nichts.